Familie Sonntag liebt die Natur. Eine ökologische und gesunde Lebensweise, das ist ihnen wichtig. Auch in ihrem Zuhause wünschen sie sich so viel Natur wie möglich. Aber das ist gar nicht so einfach, denn sogar im Fußboden können sich Dinge verstecken, die dem menschlichen Wohlbefinden schaden. Von unerwünschten Mitbewohnern bis hin zur Ausbeutung unseres Planeten. Die Lösung, das Gesund-Pakett von Weizepakett. Mit der naturgeölten Oberfläche entsteht im Nu ein gesundes und gemütliches Zuhause. Wie? Durch den Vierfach-A-Effekt. Das Pakett ist allergikerfreundlich, da Staub und Schmutz keinen Halt und Milben keinen Lebensraum finden. Darüber hinaus gilt es durch die Fähigkeit, Bakterien abzutöten, als antibakteriell. Es ist im Gegensatz zu künstlichen Materialien antistatisch und atmungsaktiv. Die Luftfeuchtigkeit wird optimal reguliert. Das neue Pakett der Sonntags ist behaglich warm. Die besondere Oberfläche macht die Holzstruktur spürbar und verschafft ein angenehmes Gefühl, nicht nur unter den Fußsohlen. Denn das Gesund-Pakett von Weizepakett ist 100% natürlich. Vom Holz bis zum Naturöl. Und trotzdem ist der neue Boden einfach zu reinigen und zu pflegen. Die Sonntags empfehlen Ihnen wärmstens das Gesund-Pakett von Weizepakett. Holen auch Sie sich mit diesem Boden ganz unkompliziert ein großes Stück Natur in Ihr Zuhause.